Wie war es denn? Wie war es denn? Wie war es denn? Ja, vielen Grüezi. Wir waren ja Jungen, die skien. Eigentlich konnten wir uns umsetzen, was ich vorgenommen habe. Wir waren kompakt, bis am Schluss die Chance auf eine Bucht. Von daher konnten wir alle spielen lassen, alle halbzige Spiele. Tipptopp. Es war super, gutes Wetter, gute Organisation. Bis auf einen Spieler, alle gesund haben. Wir konnten konditionell viel mitnehmen. Und zwei, toktisch und technisch. Tipptopp. Letztes Jahr haben wir bis zum Schluss um den Ligaerhalt gespielt. Jetzt wollten wir das früher noch klar machen. Und der Spieler ist schon ein Fortschritt, wo wir gemacht haben, weiter zu ziehen. Kommt's gut. Fazit nach drei Trainingslagertage. So viele Trainings, schwere Beine, haben wir es eigentlich nicht schlecht gemacht. So grosser Platz, wir sind nicht daran gewöhnt. Wir spielen meistens auf so einem kleineren Platz. Aber jetzt bin ich auch vielleicht zufrieden mit den Jungs nach drei Tagen. Ist okay. So... ... … … … … … … Untertitelung des ZDF, 2020